Ich habe mich mal wieder entschieden ein bisschen laufen zu gehen. Diesmal in Bad Krotzingen. Eigentlich ist es ganz schön hier mit dem Bach. Ja, ab und an sind halt so Straßen, kann man nicht vermeiden. Aber da geht es jetzt auf jeden Fall erstmal wieder zum Hotel. Ja, heute sind wir in Bad Saulgau. Und Catelyn gibt es hier das erste Mal in so einer richtigen Bar- und Lounge-Ecke. So mit richtig coolen Couches und allem. Und zwar gibt es heute Leckerli. Einen guten Hunger, Alex. Danke! Ja, heute sind wir in der Stadthalle Heidelberg. Und allein die Empfangshalle mit dieser riesigen Treppe hier und dem ganzen Kronleuchter zum Beispiel und dem ganzen Zeug sieht ziemlich fett aus. Und ebenso sieht auch der Saal aus, wo da gerade noch die Genüre proben. Ich zeige euch den jetzt mal. Ja, die heutige Umkleide bringt es mit sich, dass wir hier zwei so eine Schaltschränke zu stehen haben. Und mit Hilfe dieses Terminals kann man hier also auch ganz interessante Sachen machen. Zum Beispiel die Sprache verstehen. Geht allerdings nur Deutsch oder Englisch. Oder Helligkeit, Standby-Zeit etc. Kann man alles ändern. Ja. 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 Und Sven, unser Koch, hat hier in der Stadthalle keine Möglichkeit zu kochen. Und deswegen gibt es heute Pizza. Oder Pasta. Ja, so sieht es also von hier drinnen aus. Wo ist die Bühne? 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 Hey, Leute, watch out. Es ist noch nicht auf dem Telefon. Oh. Wir waren zerreinatet. Jerks. Okay, wir gehen jetzt hier auf einen Berg. Das Ganze sieht ziemlich steil aus. Lieber Leute, hallo ihr Lieben. Na dann mal schauen. Leider sind die Treppen hier gesperrt. Aber so schnell wie wir hier hochkommen wird es kein Problem sein, da hoch zu gehen. Hier können wir also das Trier-Panorama sehen. Das erste Mal hier auf dem Bild. Und dann hier in der Realität. Und dann hier in der Realität. Und dann hier in der Realität. Hallo. Hallo? Na? Unser Umkleideraum ist heute der Chemieraum. Wir sind nämlich in einer Schule. Und hier wird gerade Geschichte geschrieben. Ja, heute sind wir in Hanau. Und haben jetzt gerade Soundcheck gemacht. Und ja, wird es einfach noch ein bisschen Zeit. Und in einer guten Stunde geht es dann los. Das ist doch mein Aufzug. Damit kann man sechs Tonnen transportieren. Also könnte man das locker mit anderthalb Autos reinfahren. Also eigentlich mit mehr als zwei, aber so viel Platz ist hier glaube ich nicht. Wie ist denn eine gute Arbeit? Und da oben gehen! Wie ist denn das? Wie ist denn das? Ja, ich bin so schlimm. Die Tür war uns ganz sicher auch. Na Leute, was ich hier nicht so? Na ein paar Jahre? Wie ist denn das? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020